hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play minecraft mods ja was können wir denn heute machen ein paar sachen auf dem zettel naja ich habe relativ wenig zeit eigentlich dementsprechend müssen wir mal gucken ich habe sie noch mal in die kommentare geschrieben natürlich sieht man mit den logistik hat glasses beschriftete crafting pipes nicht sonst wäre das ganze ja ein wenig doppelt gemoppelt und dadurch auch etwas sinnlos so ja genau was wollte ich heute machen wieso entfällt mir das laufen wieder fallen laufende ideen einen dann eine sekunde später habe ich wieder vergessen was ich machen will ich würde ja unglaublich gerne mal wieder ding probieren ich trau mich nicht es läuft doch jetzt schon so schlimm ach ja das ist eine interessante sache auf die man vielleicht mal hinweisen könnte ich habe ding abgedatet gravity suit und da kam ein paar neue items hinzu okay hat sich damit etwas geändert das ist immer noch gleich okay aber wir haben hier so sachen wie die energy booster die brauchen wir für zum beispiel das advanced electrical jetpack das ist interessant hält wesentlich mehr speicher braucht electric booster einen advanced labpack ist glaube ich sowas ähnliches wie eine kleine gravisuit also kann auch items laden wenn ich das jetzt mal richtig interpretiere ich würde sagen bevor wir uns das jetzt bauen gucken wir es uns mal einfach an wo haben wir es wo ist es nicht hin da komm gib mir eins okay und dann haben wir ja die wager hat ein neues neuen skin bekommen den könnten wir uns mal bauen und dann haben wir natürlich advanced drin advanced chainsaw die hatten wir aber auch schon im vorherigen spiel zu genüge und dann haben wir noch das gravi tool das ist eine recht interessante sache die können wir uns vielleicht auch noch herstellen jetzt ziehen wir erstmal das advanced jetpack an bin ich mal gespannt wie das so ist okay ähm jetpack engine on wow au also es funktioniert anscheinend wie ein jetpack und man kann auch den hover mode genauso umschalten gleiches prinzip hält aber offensichtlich einfach mehr energie und kann auch einen ähm ein tool laden ansonsten ziemlich ähnlich zum normalen jetpack so wie ich das sehe also dass es beim runter sinken ein bisschen ruckelt ansonsten hover modus aus hover modus an mal von außen angucken ja kann man lassen oder ist auf jeden fall um einiges billiger als die gravi suit das ist mal sicher und ähm ja ich würde sagen die anderen sachen bauen wir uns dann die sind durchaus sinnvoll sich die mal anzuschauen und das ist zum einen ist das die wajra die wir hier sehen und zum anderen ist es das gravi tool das wir hier sehen und das ist auch schon ein hinweis darauf was das gravi tool denn so kann denn wir haben eine wrench einen tree tab und eine hoe electrical in dem tool integriert und dementsprechend wajra core magnetron ich muss mal kurz gucken gehen ich glaube paul hatte das ding schon mal irgendwie in das system eingebaut aber dann irgendwie doch nicht oder doch oder irgendwie so keine ahnung ich fände es immer noch cool wenn man irgendwie über ein remote tool sehen könnte hier haben wir den advanced drill zum beispiel der ist wohl noch drin die frage ist ob auch noch richtig drin ist scheint so zu funktionieren noch ne was haben wir hier drin nix gut ok ultimate lab pack haben wir klar gucken wir mal auf der anderen seite ne da ist nur quantum und nano zeug das heißt die wajra ist höchstwahrscheinlich eine der sachen die ähm gar kein 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 chestcrafting benötigen ich meine er hätte nämlich gesagt er hätte sie beigebracht aber da sich das jetzt rezept geändert hat wollte ich da erstmal einen blick drauf werfen hm wir können ja mal kurz nachgucken ob das der fall ist und dann können wir uns auch selbst da eine basteln das ist ja nicht so schwer ne das kriegen wir schon hin das kriege man schon na war nein hast du nicht beigebracht gut dann mach ich es eben selbst wir brauchen eine war core dazu brauchen wir einen magnetron das haben wir bestimmt auch noch nicht also vier kupfer vier refined iron und ein superconductor das das kriege man na oder vier kupfer vier refined iron und ein super super superconductor kann das sein dass er mich da dass er mir da was erzählt hat von wegen dass das Rezept nicht mit ähm mit gedingeldings funktioniert mit den mit dem kupfer von also das wir jetzt gerade nutzen irgendwie sowas war da dass ich das Rezept geweigert hätte mit dem kupfer zu funktionieren und lieber das andere kupfer haben will das industrial craft kupfer das wäre natürlich tendenziell doof ähm ja wahrscheinlich ne ja siehst du hier das kupfer das wird nämlich nicht anders angezeigt ja das ist nicht so praktisch hm was machen wir denn da was machen wir denn da dann brauchen wir so ein lexikon hm Forge lexikon Eisen, Gold, Buch, Zyranwolle hm das ist ja doof wieso das kann ich nicht verstehen wieso man sowas macht das ist doch totaler Schwachsinn Zyranwolle jetzt brauchen wir noch ein Buch hm ich glaub das lexikon haben wir noch nicht drin oder ne ach das sind alles so Sachen wo ich schon wieder die wand hochlatschen könnte warum ist so ne Mod so unfähig sich auf beliebiges kupfer ich mein wie soll ich denn jetzt bitte schön wieder industrial craft kupfer bekommen das ist doch äh äh ist das total kacke ok ein Forge lexikon und dann brauchen wir dazu aber auch noch den Stand 855 ähm keine ahnung wie das Ding genau heißt deswegen muss ich jetzt mal kurz gucke wir erinnern uns dass da nen na toll jetzt hab ich 2 bestellt das ist da nen kleinen fix in letzter Zeit gab beziehungsweise eine Änderung deswegen muss ich mal kurz nachgucken wie das ging ach genau sowas war das wer ist das Plinth achso ne da sollte ich es nicht schreiben Plinth genau da haben wir es Mystical Plinth auch nochmal Syrenwolle 2 Gold 3 Obsidian auch das sollte kein Problem sein ich würde mir so unglaublich wünschen dass das ganze endlich mal mit Tubes funktioniert aber ich hab nichts dergleichen gelesen dementsprechend bezweifle ich es nein wieso geh ich den runter ja Forge Lexicon toll eins kann ich mitnehmen eins kann ich wieder weglegen ich glaub nämlich das Forge Lexicon kann man so auch einfach in der Hand benutzen aber das wollen wir vielleicht im Zweifelsfall gar nicht wenn wir das nämlich jetzt hier in die Hand nehmen können wir es öffnen naja gut gerade mal wieder nicht ähm können wir auch das eine was wir haben weglegen so können wir jetzt zum Beispiel das hier aufmachen rechtsklick shift-rechtsklick shift-rechtsklick und können jetzt hier zum Beispiel sagen zack zack kupfer und jetzt könnte ich das Ding beibringen wahrscheinlich ähm hallo achso ja muss ich noch importieren noch importieren jo magnetron hm holen wir uns mal so einen Plinz mal gucken was das bringt mal gucken was das bringt und dann müssen wir uns mal vielleicht mal das Rezept für Kupfer anschauen was ist das denn achso das ist meine Rathlamp Vajra goa ist ein Magneton achso ne ich wollte mal gucken Kupfer wie bekomme ich dieses Kupfer indem ich Kupfernuggets kombiniere das ist interessant anscheinend aus dem Smelting auch aber das glaube ich nicht Kupfernuggets hm das ist interessant das probieren wir jetzt mal das probieren wir doch mal weil wenn das funktionieren würde das wäre ja sehr angenehm so Mr. Gold Plinz so Buch drauf uh super und jetzt haben wir hier Forge Lexikon Trick siehts ja aus keine Frage aber was es bringt naja ist ne andere Frage also wir machen uns mal kurz ein paar Nuggets und dann gehen wir an den Crafting Table hm für 2 ist das Fall ja gleich den richtigen zack 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 ickze die gibt einen anderes auch nicht usade das war warum wüsste ich's doch naja wüsste schon wenn ne hochlaufen und so Also, das heißt, mir bleibt nichts anderes übrig, als einfach ein bisschen Kupfer auf Lager zu legen. Okay, machen wir mal acht Stacks. Hallo? Würden Sie das bitte bestellen, der Herr? Gut, dann brauche ich noch die Vajra-Cord. Also, brauche ich jetzt einen Tesla-Coil, zwei Aridium-Plates, zwei Superkondukter und einen HV-Transformer. Also, Tesla, Aridium, Superkondukter, HV. Tesla. HV. IRI. IRI. Und Super. Sollten meine Öfen gerade ein bisschen was zu tun haben. Vor allem Kupfer, tendenziell. Hm, Refined Iron-Steven sind mindestens genauso viel her. Ah, ne. Normales Eisen und Zinn. Schigimigi. Schä, schä ist das. Wir können ja nochmal ein paar Obsidian-Tubs bestellen. Vielleicht hat sich da ja mittlerweile was getan, auch wenn ich's persönlich sehr stark bezweifle, aber... Wie sagt man so schön? No Risk, No Fun. So, warte mal. Wir machen aber trotzdem schon mal. Äh, hä? Hä? Hallo? Hallo! Würden Sie bitte was tun? Hä? Achso, ja. Genau, jetzt kann ich da durchcyclen. Und, äh, ne? So. So. Quatsch. So, oben drauf. Geht oben drauf nicht. Wieso kann ich, ne? Also, geht doch. Und unten drunter wäre noch die andere Sache, aber... Das gucken wir erstmal. Also, oben seitlich reigen, ist klar. Äh, Hebel. Beziehungsweise so Button. Ich denke zwar immer noch nicht, dass es funktioniert, aber dann versucht es es wert. Und vielleicht sollten wir noch ne... Vielleicht kann man's ja rauspumpen. Äh, warte mal. Das müsste theoretisch... Wenn ich dich... Äh... Äh, ich brauch'n Block. Komm her, Block. Äh. Äh, so. Ja, nee, ist klar, ne? Komm, zerfall heute noch. Dankeschön. Hä? Jetzt hat... Nein, da will ich dich nicht haben. Mann, stell dich nicht so an. Hier. Zack, Redstone-Signal hast du bekommen. Hat nix gebracht. Die Frage ist, kann ich's rauspumpen? Dazu brauche ich eine Winden-Transport-Pipe und eine Redstone-Engine. Und eine Redstone-Fackel. So, dann schauen wir mal, was das bringt. Redstone-Fackel ist schon da, Winden-Pipe auch. Vielleicht können wir irgendwie zur Seite was rauspumpen. Nicht, dass ich's unbedingt glaub, aber hey. No risk, no fun. Try and Error und sowas, ne? Hm. Nicht wirklich. Sehr schade. Sehr schade, muss ich mal so sagen. Oder ich hab grad'n Leck. Das wär' die Alternative. Aber ich glaub' nicht, dass das irgendwas an dem Verhalten ändert, ehrlich gesagt. Dann jetzt hab' ich garantiert kein Leck mehr und das tut sich trotzdem nix. Äh, ich mein', er pumpt noch nicht mal die fertigen Sachen raus, also... Dementsprechend ist das ganze Setup hier wohl ziemlich für den Popo. Jetzt pumpt er fertige Sachen raus, aber das bringt mir gar nix. Hä? Wieso macht man so ein tolles Tool, wenn's dann doch nicht funktioniert? Vielleicht gibt's ne andere Mod, die das richtig macht, aber ich kenne sie leider noch nicht. Leider, leider. Das Problem ist, dass sich damit ja durchaus auch cheaten lässt. Man kann zum Beispiel aus blauen Blumen ganz einfach, ähm, Lapis dann machen, da die ja theoretisch Forge-technisch äquivalent sind. Aber, naja, wer's muss, der muss es, ne? So, verdammt, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, denn das will ich nicht, dass das zu Blöcken gemacht wird. Deswegen muss ich jetzt erstmal da reingucken, ob das irgendwo in der Liste drin ist, der Blöck-Sachen, die, der Sachen, die geblockt werden. Was wäre nämlich leicht unpraktisch, denn, ja, dann hätte sich das nämlich gerade alles wieder verabschiedet. Okay, ne, so passt's. Das heißt, das lassen wir einfach mal so im System und dann können wir uns nämlich auch so ein Magne-irgendwas bestellen. Mag-ge-magnetron. Genau. Damit hätten wir dann alles für Decor zusammen, wenn ich das richtig sehe. Äh, ne, jetzt sollte man die Sachen noch rausnehmen. Das wäre schon mal ein Anfang wert. Also, Iridium, Superconductor, High-Voltage-Transformer und Tesla-Coil kommt wohl hin. Dahin, wunderbar. Dann fehlt nur noch der Magne-tron, den haben wir auch. Zupi-dupi, es läuft ja hier wie am Schnürchen, haben wir die Vajra-Gor. Dann machen wir jetzt nur noch die Vajra-Selbst, dazu brauchen wir, ah, da können wir gleich rüberlatschen. Ein Energy-Crystal, ein Labyrinth-Crystal, Refined-Compare, ja. Also, Energy-Crystal, Labyrinth-Crystal. Wo haben wir denn hier noch Platz? Da hinten. Also. Du kriegst Stahl, ein Labyrinth-Pathron, ein Energie. Dann brauchen wir zwei Advanced Alloys, zwei Carbon-Plates, ein Nevasra-Core, logischerweise. Und natürlich zwei Refined-Iron. So, die ersten Teile sind auch schon da, das ist doch schon mal sehr praktisch. Können wir schon mal anfangen zusammen. Nein, 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 nein. Ach, nö. Oh. Kann ich die wieder entladen? Vielleicht in dem Ding. Ich kann keine Labyrinth-Crystal-Stand entladen? Was für eine Logik. Ah, wir haben hier ganz schön viel EU drin. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir nochmal so ein Ding hier hinstellen, ne? Um die EU-Metal-Produktion nochmal ein bisschen anzupuschen. So, Labyrinth-Pathron-Energy-Crystal. Dieser, also ganz ehrlich, dieser Helm, der kann euch teilweise schon ganz schön was kaputt machen. Das Problem ist jetzt, das ist nicht der richtige Energy-Crystal mehr, glaube ich, oder? Denn den, den wir bekommen, der hat die ID minus 1. Das kann man mal schön hier drüben anschauen. Habe ich nämlich neulich austauschen müssen. Ah, nee, 26. Okay, gut. Haben sie das jetzt mittlerweile richtig gemacht. Gut, 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 gut. Dann passt es ja doch. So, haben wir schon alles zusammen? Ne, die Warschauer Core fehlt noch. Natürlich fehlt die noch. Aber ist ja egal. Dann können wir schon mal den Rest setzen. So und so. Ich glaube, Energy oben läppelt schon unten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. So und so. Ich glaube, das war allerdings umgekehrt. Sag ich es doch. Ach, so, wo bleibt die Core? Was ist denn da los? Interessant ist jetzt hier übrigens dabei, sich mal die Goggles anzuschauen, denn die bieten einem doch einen sehr interessanten Einblick in die ganze Crafting-Welt. Offensichtlich ist die Core schon fertig. Das heißt, sie musste gerade auf dem Weg gewesen sein, als wir geguckt haben. Kein Problem. Restrain Frame. Healing Frame. Ja, da gibt es jetzt auch mittlerweile ein paar neue. Okay. Habe ich mir sie nicht bestellt? Eine Warschauer Core. Doch. Ein Kollege. Jetzt ver... Ver... Verwirst du... Ah, guck mal hier. Da haben wir es nämlich. To do. Zwei. Sechs. Da haben wir das Problem. Was ist statt los? Was fehlt denn? Iridium. Okay. Dann gucken wir mal da drüben weiter. Warum kein Iridium? Weil noch acht TNT gefehlt haben. Warum auch immer. Musste wahrscheinlich erst hergestellt werden. Und jetzt... Zack, Superconductor weg. Fertig. Aber eigentlich hätte der es mir bei der Core auch anzeigen müssen, dass er noch auf irgendwas wartet. Komisch. Sehr komisch. Okay. Jetzt können wir das da reinschmeißen. Und können es importieren. Und dann können wir nämlich zugucken, wie das ganze System das herstellt, wenn wir es bestellen. Und das ist recht cool mit der Brille. Weil wie gesagt, man hat auch so jede, was fehlt wo, wie wird das gerade verschickt und lauter so Sachen. Das ist ganz amüsant. Ja, mal wieder warten, ne? Was war das mit dem anderen Tool? Das Grav irgendwas. Genau. So, jetzt machen wir erst mal hier den Import fertig. So, und hier kommt noch da drüben. Und dann bestellen wir uns doch mal so ein Varjra. Ja, toll. Da schreibt man es mit R und hier ohne R oder wie. Also muss wohl... Da muss sich wohl jemand verschrieben haben. Varjra. Und hier ist es Varjra-Core. Oder Varjra selbst. So, jetzt sehen wir hier High Voltage Capacitor. Da fehlt, was gemacht werden muss. Und wir sehen hier, Refined Iron muss er jede Menge herstellen. Wieso zweimal? Refined. Refined. Das ist skurril. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, dass wir das hier zweimal drin haben. Das sollten wir definitiv wieder rausschmeißen. Warum auch immer hier zweimal Refined Iron eingetragen ist. Okay. Ich sehe hier die Mixed Metal Ingots und die Iridium Ingots. Gut, ich meine hier sieht man jetzt nicht allzu viel, weil das natürlich automatisch abläuft. Hier sehen wir noch ein paar Sachen. Carbon Mesh. Tesla Coils, Superconductors. Schick, schick. Sieht cool aus. ID 2. Ja klar, ID 2 ist logisch. Das ist ja die ID, die da zwischen den Dingern drin ist. Was stellst du hier her? Ah, Circuits. Und Locks. Und Medium Voltage Transformers. Für den High Voltage Transformer wahrscheinlich, ne? Aber das hier sollte ich auf jeden Fall wegmachen. Das ist irgendwie nicht so richtig. Warten wir mal, bis das ganze Refined Iron System durch ist. Und dann fliegt einer von den beiden wieder raus. Also das ist ja leicht dämlich. Wer auch immer das da eingetragen hat. Der hat wohl nicht so recht aufgepasst. 48 TNT fehlen noch. Könnte man mal gucken gehen, wo TNT hergestellt wird. Wo wird denn? Maserator? Kein Sand. Okay. TNT fehlt. Hm. Was weiß ich. Geh in der Ahnung. Nächstes Metal Ingot sind jetzt gleich durch. Fehlt. Nur noch das TNT. 40 Stück. Hm. Schick, schick doch. Muss man so sagen. Gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr schön. Aber hier mit den Diamanten und so. Das habt ihr doch schon längst, oder? Also hier Leopardron und Energy Crystal. Ich meine, die sind ja nicht sonderlich schwer herzustellen. Ja, siehst du. 1.1 ist jetzt schon drin. Wo habe ich denn TNT eigentlich? In der Herstellung. Das muss doch irgendwo sein. Warum mir das nicht richtig angezeigt wird, weiß ich auch nicht. Das müsste doch genauso aufleuchten. Industrial TNT. Gesehen davon, dass wir natürlich normalerweise ein bisschen was auf Lager haben. Habe ich es aber auch ganz sicher beigebracht. Wäre ein bisschen dämlich nicht, das zu machen, oder? Hm. Hm, hm, hm. Hier könnten wir eigentlich noch eine Seite hinstellen. Wenn ich mir das so überlege. Das sieht so leer aus, wenn man da rauslatscht. So unnötig leer. TNT. Hier ist TNT. Ist doch alles da. Was ist denn los? Hey, was ist denn los, Kollege? Hammers? Nö. Kann es sein, dass der vielleicht einfach mittlerweile eine Zeit lang braucht? Das wäre eine Möglichkeit. Aber hier steht, dass TNT fehlt. Vielleicht fehlt TNT und nicht Industrial TNT. Hm. Nö, jetzt ist er sehr zufrieden. Das bedeutet, äh, theoretisch... Hallo, Lager. Dann können wir mal wieder unsere Logistik-Card absetzen. Und können unsere Lager hier mal als Primärwerkzeug hinhängen. Dann, das ist ein ganz amüsantes Teil, muss man mal so sagen. Äh, da ich hier aber nix kaputt machen will. Die zwei Taten packen wir halt auch rein. Gehen wir mal lieber, 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 lieber nach Hause. Und ein bisschen nach draußen. Aber erstmal gehen wir schlafen, wenn es gerade schon Nacht ist, ne? So. Ob Prinzesse so schnell geht, das macht Forge Essentials. Hab ich zumindest so für mich herausgefunden. Uh, guck mal, Triple Me Treats sind angesagt. Sup. Gleich mal ein paar futtern. Shea. Immer wieder klasse, die Jungs. Ja, so kann man sie alle leer futtern, auch wenn man sie gar nicht braucht. Hm. Lad mal meine Cravy Chestplate und weißt du was? Lad auch den Vajor mal gleich noch dazu. Sonst brauchst du so lange, da hab ich jetzt keine Lust drauf. So. Ähm, was kann der Vajor? Naja, das ist im Prinzip das ultimative Tool. Die Beschreibung besagt, ähm, es zerlegt, ähm, Sachen auf atomarer Ebene, wenn man so will. Und, ich darf das mal kurz demonstrieren. Ja, ist ein wenig schnell, ne? Also, wenn man nach unten fällt, kommt man gar nicht hinterher, so schnell ist das Tool. Im Normalfall. Ah, so, wir sind schon auf Bedrock. Ja, das erklärt einiges. Nur mal so, es war jetzt vielleicht nicht ganz so ersichtlich, weil es so fix ging, aber ihr könnt es euch etwa vorstellen. Also ihr könnt es auch, wenn ihr, wenn ihr hier einfach mal so ein bisschen in der Gegend rumhampelt und ein bisschen was abbaut, dann merkt ihr, das geht durchaus fix, das Ganze hier. Ähm, damit habt ihr euch sehr schnell einen Gang oder sonst irgendwas gegraben. Das Ganze ist schneller als im Creative Menü, weil ihr natürlich nicht jedes Mal einzeln klicken müsst, sondern einfach geklickt halten könnt. Und, ähm, ja, jeder Block, egal aus welchem Material, fällt so schnell. Der ausgleichende Faktor bei der Vajora ist allerdings, dass sie, ähm... Ähm... Was wollte ich sagen? Ja, dass sie sehr viel Energie verbraucht. Und zwar verbraucht sie pro Operation 3.333 Energie. Das ist eine ganze Menge, ähm, im Verhältnis zu anderen Tools. Also, ich glaube, der Drill verbraucht 250 oder sowas. Also ihr könnt euch vorstellen, was ich meine, ne? Ähm... Ja. Sollte man mit Bedacht einsetzen... Schön, jetzt darf ich nicht in mein eigenes Haus. Wenn ich wieder rumlecke. Düdülü, macht die Tür auf! Klingeling! 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 Äh, ja, ich wollte euch dazu nämlich noch was zeigen, was ganz amüsant ist. Also das Tool... Man sollte halt auch vorsichtig sein, weil man gerne mal ein bisschen mehr als nur den einen Block abbaut, den man abbauen will. Also, ihr seht, was ihr abbaut, macht überhaupt keinen Unterschied. Das ist natürlich keine Schere. Klar, aber ein sehr mächtiges Werkzeug, auf jeden Fall. So, dann können wir das mal loswerden. Und dementsprechend vorsichtig müsst ihr ein bisschen damit sein. Also zum Beispiel ist hier so eine... So ein Ender-Chest braucht ihr normalerweise schon ein paar Schläge, bis ihr kaputt geht. Nicht mit dem Vajra. Und, ähm, ja. Soviel erstmal dazu. Wir gucken mal... Ein paar von euch wollten wissen, ob man die Sachen verzaubern kann. Also den Vajra offensichtlich schon mal nicht. Quantum-Kram mal gucken. Quantum-Chest. Nö, geht nicht. Also, Gravy-Chest-Quantum-Hose geht auch nicht. Und Ultimate-Solar-Helmet. Oh, der geht. Das ist sehr interessant. Dann hätte ich aber erwartet, dass die Gravy-Chest-Blade auch geht. Das sehen wir hin. Gleich. Na dann, äh, Protection, ne? Respiration, Aqua-Affinity, Thorns. Fiery Aura. Alles rein, ne? Höh? Oder auch nicht. Okay. Achso. Ja, hatten wir da. Okay. Hä? Cool. Jetzt habe ich einen leuchtenden Solar-Helmet. Jee. Hehe. Das ist jetzt erstaunlich, meiner Meinung nach. Vielleicht müssen sie voll sein. Naja, aber der Helm ist auch nicht voll. So macht das wenig Sinn. Könntest du nochmal ausprobieren. Der Helm ist voll. Die Hose ist voll. So. Ist das der System? Das ist ja skurril. Interessant wäre natürlich jetzt zu wissen, ob das auch funktioniert. Also, ob ich auch wirklich Fiery Aura und Thorns habe, oder ob das nur angezeigt wird. Aqua-Affinity mit einem Ultimate Solar-Helmet. Okay. Äh, ja, probieren wir es nochmal. Tatsache. Haha, ist das geil. Das ist ja der Hammer. Okay, den Ultimate Solar-Helmet kann man offensichtlich noch verzaubern. Alle anderen Sachen nicht. Naja. Gut, von mir aus. Mir soll es recht sein, ne? Der Vajor ist übrigens auch eine super Waffe. Vorausgesetzt, es wäre gerade Tick-Raid-Time. Ähm, macht nochmal wesentlich mehr Schaden als der Nanosaber. Na, heute noch. Könnt ihr mal hier. Zack! Hehe, alle tot. Suchen wir uns vielleicht mal ein bisschen was Stärkeres. als ein paar Hühnchen. Was ich mit uns anlegen will. Uh, was war das? Ah, eine Fackel in der Luft. Ah, ist das immer gut. Das ist immer gut, das kann man wunderbar gebrauchen. Ne? Fackel. Ich weiß, wo immer welche sind. Im Warenlager. Guck mal, Fuchs. Klack, tot. Ähm. Hm. Ich wüsste gerne, wie es denn jetzt bei einem Ding läuft. Bei einem Wehrwolf. Was ich jetzt natürlich nicht mehr drauf habe, ist Looting oder Warpel oder sonst irgendwas. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber so ist es halt. Ich kann es auch nicht ändern. Trotzdem ist das Tool mehr als mächtig, würde ich sagen. Mächtig, deftig. Und sicherlich ein Blick wert, gerade für das Endgame. So, jetzt wollte ich aber noch irgendwas. Was, äh, damit machen, glaube ich. Oh, hier die ganzen Ansammlungen von Viechern hier. Komm, verkrümelt euch hier, Schmetterlinge. Blöde Küken hier. Ist ja, ist ja unglaublich. Unglaublich ist das, ich sag's euch. Unglaublich. Naja, auf das Gravitool werdet ihr dann wohl warten müssen. Aber vielleicht kann ich das ja in der Zwischenzeit schon mal selbst herstellen. Wäre ja vielleicht eine Idee, ne? Guck mal, da brauchen wir jetzt Zeit, Neusten für alles Stahl, ja. Das ist ja interessant. Früher war das irgendwie mal Bronze, glaube ich. Äh. Doch, Bronze. Brass? Ne. Ah, ich weiß es nicht mehr. Egal. Ja, auf jeden Fall verabschiede ich mich für heute von euch. Wünsche euch wie immer viel Spaß. Und bis dann. Schön.